L-Arginin ist eine semi-essentielle Aminosäure, die der Körper selbst herstellen kann. Sie ist an der Bildung von Stickstoffmonoxid beteiligt. Zahlreiche Studien haben bewiesen, dass dieser Stoff zu einer Erweiterung der Blutgefäße führt und zu einem Absinken des Blutdrucks. Neben den positiven Eigenschaften, die man im Kraftsport festgestellt hat, zeigt sich auch im Ausdauersport eine Verbesserung, die auf einem schnelleren Abtransport von Stoffwechselprodukten und einem schnelleren Antransport von Nährstoffen beruhen soll.